Das folgende Video wird dir präsentiert von gts2mp.de Deinem offiziellen deutschen Forum vom Euro Truck Simulator 2 Multiplayer Ja Thomas, hast du ein Thema mitgebracht? Motorfehlfunktion! Das ist kein Thema. Ja, wie ist gerade der Fall? Jetzt wieder mit Fernlicht, oder? Ne. Ich weiß ja nicht mal, wie ich es ankriege. Mit K, glaube ich. Ne, ich habe da hier irgendwo eine Taste gehabt. Ich bin mit Fernlicht gefahren. Die ganze Zeit schon. Geil. Ich habe das Gefühl, ich bin hier mit einer der einzigen, der ohne Fernlicht fährt. Bei mir ist alles hellwach, ne? Also, das ist wie so... Das finde ich scheiße. Dann kann ich auch, keine Ahnung... Dann kann ich mir auch so eine 5000 Volt Taschenlampe nehmen. Ne. Die wird nicht reichen, glaube ich. Das ist einfach so, keine Ahnung. Ich finde das ein bisschen atmosphärischer. Also, und bei mir reicht das auch immer so, wenn ich mir die Parts angucke, das ist nicht zu dunkel, das ist alles okay. Man sieht, was man braucht. Habe ich DJ schon damals nicht verstanden. Wann, ich weiß nicht, das nimmt dem Spiel so ein bisschen das Feeling. Aber es gibt ja auch bald, es gibt ja auch bald, 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 neues Wettersystem und so. Ach was. Da werden die das Wetter überarbeiten. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Aber das kommt vom Spiel an sich und nicht vom Multiplikern. Also, es wird auf jeden Fall interessant. So, wie komme ich denn jetzt alle rüber? Auf Screenshots sah das auf jeden Fall schon ziemlich schick aus. Muss ich hier mal so sagen. Aber da echt oberen SCS, dass sie da aber noch weiter arbeiten. Und jetzt blitzt es und donnert es. Ganz super. Bist du jetzt abgefahren, oder was? Ich muss hier abfahren. Werde ich halt sie haben. Ich habe da eh einen Blinker, der Ring. Du bist aber so weit weg, bei mir ist jetzt gerade ein bisschen nebelig. Bei mir ist gerade schlechtes Wetter. Das ist egal, hey. Ich komme sowieso wahrscheinlich nicht an. Motorfehlfunktion. Nicht so pessimistisch. Das ist schon die zweite jetzt, hey. Oder dritte sogar. Ja gut, wen wundert das, wenn du da alles gegen Schepp hast? Ja, Mann. Hör auf zu kacken, Alter. Ja, ich sag ja nur. Kannst du ja auf andere Leute schieben. Ja, ja. Du bist schuld. Aber wieso ich? Ich musste dich ja immer ausweichen hier. Immer genau hier. Ach, ja, 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 ja. Ja, ne, ist klar, Alter. Ganz ruhige andere Namen nennen, die da wirklich dran schuld sind. Ja, was weiß ich. Die fahren mir doch jetzt nicht mehr ein. Die sind alle zu kompliziert hier. Der mit der ganzen Huperei scheiße, ne. Die lenken mich total ab. Ach so, und Facebook nicht. Ne. Ne, ist ja nicht so, dass du die da, die Motorfunktion, eingefangen hast. Ne. Ne? Ne, dir ist passiert, dass du mir hinten drauf geknallt bist. Ich bin dir hinten drauf geknallt, das wüsste ich aber. Aha. Ja, das beweisen wir jetzt. Wieso, ich hab doch ne Aufnahme. Ich wollte nichts beweisen. Oder nimmst du diese Zauner wieder auf? Wer weiß. Open Broadcast hat sich keine FPS. Das glaube ich dir nicht. Oh, Open Broadcast hat sich richtige FPS, Alter. Ne, nicht, wenn man es richtig einstellt. Ne. Das kannst du knicken. Die Scheiße, das kannst du knicken. Oh, doch. Glaub mir, Thomas, wenn man es richtig einstellt. Ich hab keine FPS-Verluste mehr. Kannst du mit deinem Shadowplay genauso wenig gehen. Ich seh dich nicht mehr. Es ist einfach so kacknebelig bei mir. In der Entfernung ist einfach alles schwarz. Mir überhaupt nichts. Bei mir soll noch schlechtes Wetter. Ja, deswegen haben wir ja auch Fernlicht, ne? Ja, das bringt aber auch nichts. Ja, ich seh's. Ich seh alles. Der Untertreib ist trotzdem nicht weit genug, weil es trotzdem schwarz ist. Ja, ist da hinten immer noch schwarz. Das stimmt, ja. Aber ich hab so Sichtweite, würde ich mal sagen, so schätzungsweise 100 Meter. Ja, aber ich seh dich trotzdem nicht. Weil du 200 Meter weg bist. Ja, das ist kein Scherz. Ja, super, Alter. Hol mal auf. Geh ich mal runter vom Gas. Soll ich schneller als 90 fahren? Wie soll ich das machen? War ja schon am Standstreifen hier. Das ist einfach so ein Kackwettergrat bei mir. Ich seh gar nichts. Ekelhaft. Da vorne kommt ein Parkplatz. Ja, so weit muss es jetzt auch nicht gehen. Da fahr ich jetzt raus. Extra für dich. Braust du nicht. Sagen wir einfach, wenn der abbiegen muss oder so. Aber das reicht mir schon. Ich muss jetzt abbiegen. Da hinten sind ich doch schon. Und auf dem Gasplatz. Da kannst du ganz Gas geben, ich bin direkt hinter dir. Motor-Fail-Funktion. Grüß dich. Warum ist es jetzt auf dem Rastplatz? Motor-Fail-Funktion. Ja, da kannst du auch nicht reparieren. Wo bist du, Thomas? Komm. Ah, da kommt der Bier. Das muss ich erstmal wieder runterschalten. Ich bin mit 50 unterwegs. Leck, 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 Arsch, Alter. Was? Diese Motor-Fail-Funktion, Alter. Ach so. Ich dachte schon, leck, Arsch. Geh ich nicht. Die Synchro ist einfach wunderschön. Richtig scheiße, Alter. Bin ich bei dir vorbei? Du bist bei mir noch direkt neben mir. Glaub, mein Spiegel bin ich bei dir schon vorbei. Ja. Nee. Leider nicht. Immer noch nicht. Na, dann sagen wir mal noch so 10 Meter. Ei, ei, ei. Du leckst hier aber auch vor und zurück. Ja, zieh einfach rüber. Ist egal. So, dann zähl ich einmal. Dann bin ich auch wieder ein bisschen weiter hin. So. Zieh aber zu mit deinem Gaspedal, Alter. Das gibt noch ein Gas. Durchdrücken. Anschlag. Ach, das Durchdrückgas. Ach so. Ja, uh. Wenn er so ist. Guck mal eigentlich deine Facebook-Benachrichtigung. Keine Ahnung. Wie geht's denen so? Ruhe jetzt. Ich muss warten. Das ist doch zurückgeschrieben. Äh, nee. Nur geringfühlig. Nur so Sachen wie ja, nein, okay. Ja, ist doch kurze Sachen. Weil ich muss ja, schlussendlich, muss ich ja noch fahren, ne? Ja, das stimmt. Das geht vor. Ich weiß, da kommst du als Lehrer ein bisschen leichter hoch. Jo. Läuft man ich eigentlich gar nicht. Wie weit haben wir es denn noch, Thomas? 94 Kilometer. Ach hör mal, da hab ich es ja fast geschafft. Jo, fast. Da sind wir auch quer durch Europa, durch die Richtung. Aber das ist ein Motorfeld-Augzeug, gesterben! Okay. So muss ich jetzt schon runternehmen. Ich war auch nur noch im Erften. Ich fahre am Zwölften. Zwölfte ist völlig uninteressant. Bin genau im grünen Bereich. Ja, ich da auch. Ja, das ist noch nicht so gut synchronisiert. Zumindest der Lichtkegel davon wird nicht synchronisiert. Ich sehe aber das auch, Dennis. Ja, ja, aber man sieht den Lichtkegel nicht. Der wird nicht mit synchronisiert. Nein. 55 Kilometer. Kann ich ja hier ein bisschen Wasser haben. Da vorne ist ein LKW. Ja, weiß ich auch nicht. Was machen wir denn jetzt mit dem? Was macht denn der jetzt da? Weiß nicht. Ich hab doch mal einen Frag. Wer geht denn da? Der fährt auch vor mir. Ja, dann bremst du ihn aus und fragt. Geschwindigkeit ist kein Internist. Ja, leider auf den Server schon. Ja gut, auf dem Server ja. Pennen sollte ich auch mal wieder. Bitte? Pennen sollte ich auch mal wieder. Was? Ingame brauchst du eigentlich nicht. Nee, aber ist schon brau hier, die Scheiße. Was? Braun? Blau. Ja, aber eigentlich schon Multiplayer musst du gar nicht. Oder höchstens einmal eigentlich. Muss er runter jetzt in der Klagenfurt? Ja, ich bin ja unterwegs. Klagenfurt in Kärnten. Ey, der fährt ja vor mir auch noch runter. Jawohl, und da links steht auch noch einer. Das wird vielleicht eine Butze, du. Das wird lustig. Klagenfurt. Hör mal, die Ausfahrtschilder sind viel schöner hier. Die Ausfahrten sind viel schöner. Bei uns in Deutschland. Einfach so. Sorry, jetzt einfach mal. Viel schöner. Ach, geh, du steh mal, der. Ich muss aufpassen, wenn ich vor dem Gas gehe, ne? Wenn ich vor dem Gas gehe, dann immer Motorpfiff und so. Thomas. Das Problem ist, da geht aber das Licht aus. Macht nichts. Ich habe alles im Blick. Ja, ja, ganz ruhig, Thomas. Klagenfurt an... Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Da hört bei mir der Bildschirm auf. Klagenfurt am Wörthersee. Wie auswendig gelernt. Ja, ist so. Ich war ja schon mal in Klagenfurt, ne? Ich meine, ich kenne mich da aus. Sieht denn auch so aus wie hier im Spiel? Das weiß ich nicht. Aber ich war ja hingegen noch nicht da. Nee, glaub mir, tut's nicht. Keine Stadt sieht so aus wie hier im Spiel. Das ist ein bisschen traurig. Was wird das da, Thomas? Ihr habt ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Iiiiih, was macht der denn da? Da gibt's so Leute, die können nicht fahren. Und da ist einer davon. Der möchte gerne rechts abbiegen, Thomas. Das ist mir scheißegal. Da haben wir wieder was losgelegt, ey. Oh, will er rennen, oder was? Kommt, Thomas, es gibt Stoff. Tritt drauf. Nee. Thomas, jetzt müssen wir ganz dicht aneinander fahren, damit der bloß nicht durchkommt, ey. Das ist ja keiner weg, sei echt. Ja, was denn, wenn der sich nicht richtig einordnen kann? Ist das mein Problem? Nö. Ja, siehst du? Fisk gefahren. Thomas, ja, ich hab's gemerkt. Ui, Thomas, ich hab doch so eine tolle Maschine. Ja, wenn da keine Reifen auf dem Boden mehr sind, dann bringt das auch nichts, ne? Ja, wieso? Mit deinem Fahrer raus kannst du trotzdem ziehen. Ja, aber nicht, wenn da die Reifen durchdrehen. Ja. Dann würde ich mir mal immer einkaufen. Alter, du spinnst doch. Was macht der denn da hinter mir? Der ist mir fast reingefahren. Ich sehe ihn noch im Rückspiegel so ausscheren. Was sehe ich denn jetzt? Ja, guck mal, wo der steht. Ja, ich sehe den jetzt nicht, aber gleich reporten. Ah, jetzt ist er weg. Ich glaube, der hat sich ein bisschen Schaden eingefangen. Möchte ich mal so ganz stark behaupten. Thomas ist grün. Oh, immer die so guten Ampeln. Immer und überall. Furchtbar. Die Motor-Synchronisation, die fehlt aber auch noch, ne? Was? Die Motor-Soundsynchronisation. Eigentlich ist die schon ein bisschen was synchronisiert. Der Motor-Sound an sich ist auf jeden Fall synchronisiert. Oder was meinst du jetzt genau? Ja, ein bisschen davon ist synchronisiert, das ist richtig. Was denn nicht, ist die Frage. Au, da musst du jetzt aber reinklotzen, ne? Zwei Prozent. Zwei Prozent. Motor-Fehl-Funktion. Geh, sterben, Alter. Oh, da ist ja fast gar nichts los, Thomas. Ich wünsche viel Spaß. Hast du schon wieder festgefahren? Nee, ich dachte schon. Das heißt so raus. So, Leute, jetzt am besten nicht zuhören. Ah, nee, aber zugucken, bitte. Weil das werde ich jetzt auch machen. Steh mich schön gemütlich hin. Und guck mir das Ganze an. Ganz in Ruhe. Na, komm. Wo ist er der Rückkehrsgern? Wo ist er? So. Zack, Motor aus. Gucken wir uns das Ganze an. Ha, das sieht doch schon mal gut aus. Oh. Oh. Kannst du noch fragen, oder was? Nö, passt doch. Ein Eimer durchziehen, finde ich. So, jetzt sind wir auf dem Level 30, Elite. Am einen Level kommt man nicht drauf. Just in time machen wir jetzt einen Drogen. So, zick. Oder so, dann haben wir eh schon. Ja, wunderbar. So, jetzt muss ich nur noch einen Parkplatz suchen hier. Das ist eine Idee. Da komme ich mit. Warenblinkerlage, kannst du ruhig ausmachen. Okay. Ich habe keine Warenblinkanlage an. Hat's vorbei gerade. Ich passe auf, Thomas. Oh, direkt erst mal kaufen. Sicher. Ja, natürlich machen wir das kaufen hier. Kauf das Kapuf. Das zeige ich euch jetzt auch sogar noch, Leute. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch. Ich danke den Harden, dass er mit dabei war. Immer gerne. Und sage, haut rein. Bleibt egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Zukowski. Euer Thomas. Ciao, ciao. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.